Herzlich Willkommen bei Good Old Times. Hiermit möchte ich den weiteren Spendern danken, die namentlich im Video erwähnt werden. Unterstütz auch du uns mit nur einem Euro per PayPal oder Superlike und nun viel Spaß. Wie ich schon häufiger berichtete, gab es Fälle während meiner Zeit mit Sherlock Holmes, die ich sehr gerne veröffentlicht hätte. Doch standen dieser Absicht Gründe entgegen, die dies unmöglich machten? Mal war es der Wunsch meines Freundes, einen Fall unerwähnt zu lassen, dann wieder waren die Umstände letztlich so verworren, dass es mir während der Textarbeit nicht gelang, einen roten Faden zu finden. In diesem Fall war es nahezu unmöglich, die Ereignisse in der korrekten Reihenfolge wiederzugeben oder Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, sodass am Ende ein Sammelsurium an Fakten, Vermutungen und Handlungen stand, in denen sich irgendwo die Wahrheit verbarg. Es war erstaunlich genug, dass sich Holmes in einem solchen Tumult der Ereignisse stets zurechtfand. Diesen jedoch aufzuschlüsseln und den Lesern näher zu bringen, war nahezu unmöglich. Ein letztes Hindernis stellte unsere Diskretion dar. Manche Fälle betrafen namhafte Personen, die keinesfalls in einen Skandal verwickelt werden durften. Man kann nur erahnen, welch ein Aufschrei durch die Gesellschaft gegangen wäre, hätte ich all jene Fälle im Strand abdrucken lassen, in denen das Königshaus direkt oder indirekt verwickelt war. Oder wenn ich offenbarte, was den damaligen Premier mitten in der Nacht in unsere Räume in der Baker Street führte. Manches davon wurde jedoch von der Zeit entschärft, um es einmal so zu sagen. Tempus edax rerum, wie der Lateiner sagt, die gefräßige Zeit. Und ja, gefräßig ist sie, nimmt sie uns doch das Liebste, das wir haben. Doch ich möchte nicht sentimental werden. Vieles gab mir die Zeit, wofür ich dankbar sein darf, und ganz besonders sind hier die Jahre in der Baker Street zu erwähnen. Kehren wir aber zurück zu den Fällen, welche die Zeit entschärfte. Manche der Geschlechter, denen wir mit Rat und Tat zur Seite standen, erloschen. Auch und gerade wegen der Fälle, die wir bearbeiteten. Der Schutz, den ein Earl oder eine Duchess genoss, schwand in diesem Moment, denn im Tode kann keine Ehre mehr verletzt werden. Manchmal kam es auch vor, dass nachfolgende Generationen ausdrücklich darum baten, die Erlebnisse gedruckt vorzufinden, als Warnung an andere nicht die gleichen, oft törichten Fehler zu begehen. Natürlich überraschten uns solche Bitten, doch kamen wir ihnen nach, abgesehen von jenen wenigen Jahren, in denen mir Holmes verbot, weitere Fälle zu veröffentlichen. Ein Verbot, das er schließlich aufhob, um auch in den späten Jahren deines Lebens ein wenig von dem ihm zustehenden Ruhm zu genießen. Anerkennung und Lob waren für ihn stets wichtiger als der finanzielle Aspekt eines Falls. Nur selten sah ich ihn freudig nach einem Scheck greifen, wie etwa im Falle des vermissten Lord Saltyre, Sohn des Dukes of Holderness. Es geschieht auf eben jene Bitte hin, dass ich nun diese Begebenheit zu Papier bringe, die sich nur wenige Wochen nach dem Fund des Schmucks der Countess of Dudley zutrug. Erst vor wenigen Tagen durften wir Sir Reginald Barclay in unseren Räumen begrüßen. Einen jungen, etwas unsicheren und zu Tagträumen neigenden Mann, der erst vor kurzem Titel und Verantwortung des fünften Earl of Charnwood antrat. Sein Stammhaus, Charnwood Hall, liegt im malerischen Leicestershire, umgeben von weiten Wiesen und Seen. Inzwischen, so wurde mir zugetragen, ließ Sir Barclay einige Figuren in dem weitläufigen Park am Haus errichten. Nymphen, aber auch fantastische Geschöpfe und Frauen, die Göttinnen der Liebe und Schönheit darstellen sollten. Sir Reginald Barclay bat mich, den Fall des verlorenen Sohns literarisch aufzugreifen. Nicht, weil er seine Familie einst etliche Pfund kostete, sondern weil sich Fälle wie dieser immer wieder ereignen können, vor allem in solch hohen Kreisen wie den seinen. So komme ich also Sir Barclays Wünschen nach. Mögen Sie jenen eine Mahnung sein, die in eine ähnliche Situation geraten. Musik 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 In unserem Empire, und hierauf bin ich stolz, geht die Sonne niemals unter. Unsere Besitztümer umspannen Kolonien auf dem amerikanischen Kontinent, aber auch in Afrika, Indien, Australien und Neuseeland sind wir mit Besitztümern und Kolonien vertreten. Australien, und das muss wohl kaum erwähnt werden, diente uns etliche Jahre als Gefängnis, weit entfernt von der Heimat. Mit Strafkolonien und Verbannung straften wir jene, die keinesfalls die britische Gesellschaft vergiften durften, gleichzeitig aber auch nicht in Gefängnissen verrotten sollten. Australien, das war für uns ein Ort, an den wir Diebe und Totschläger schickten, die allesamt dem Galgen entgangen waren. Bis in die 1850er Jahre hinein stachen Schiffe von England im See, bis zur Oberkante des Laderaums voll mit Sträflingen. Doch auch andere suchten ihr Glück in Australien, bestand der Kontinent doch nicht nur aus Straflagern. Die Nachricht, dass man in Down Under Gold gefunden hatte, löste einen wahren Boom aus. Glücksjäger stachen in See, stets in der Hoffnung, mit Reichtümern beladen nach Hause zurückzukehren. Und etlichen gelang dies auch. Nicht wenige kamen nach London zurück, die Taschen voller Gold. Andere hatten nicht so viel Glück. Sie erlagen den Versuchungen eines freien, ungezügelten Landes und verloren, was sie besaßen. Und dann gab es da noch jene, die niemals ankamen. Die Seefahrt, eine Leidenschaft Großbritanniens, war nicht ohne Tücken. Vor allem die Segler, auf denen viele in See stachen, erwiesen sich letztlich als zu schwach, um den Naturgewalten eines entfesselten Poseidons widerstehen zu können. Waren es nicht Wind und Wellen, die ein Schiff in die Tiefe reißen konnten, gab es da noch die Piraten, die sich allzu gerne auf einen Segler aus London stürzten. Beute war bei solch einer Gelegenheit stets zu erwarten. Etliche Abenteurer verließen London und verschwanden mit Mann und Maus, verschluckt von der See, die ihnen ein nasses Grab auf tiefem Grund bereitete. Ein solches Schiff war die Lucky Penny. Sie stach 1879 in See, kam aber in Australien niemals an. Die Meldung über ihr Verschwinden machte rasch die Runde, hatten sich an Bord doch einige hochrangige Persönlichkeiten befunden. Neben Mr. und Mrs. Parker, Sohn und Schwiegertochter des ehemaligen Außenministers, waren auch Sir Donald Barclay, ältester Sohn des dritten Earl of Charnwood, sowie dessen Verlobte Mimsy an Bord gegangen. Der künftige Earl reiste teils zum Vergnügen, wollte er seiner Verlobten durch die Welt zeigen, teils aber auch im Auftrag seines Vaters, um Beziehungen zu einigen Geschäftsleuten in Australien aufzubauen. Wie bereits berichtet, erreichte das Schiff nicht den sicheren Hafen. Es verschwand auf See. Ein Schiff der Franzosen fand lediglich einen Rettungsring und einige angesenkte Planken, die einen Hinweis auf das Schicksal der Lucky Penny gaben. Sie war entweder in einem Sturm in Brand geraten oder aber von Piraten angegriffen worden. Der Verlust seines ältesten Sohnes traf den Earl schwer, wie es in dieser Zeit hieß. Zwar war die Ehe glücklich und kinderreich, doch trennten Donald und Reginald Barclay Welten. Während sich Donald früh zur Armee gemeldet und sich in einigen Schlachten Ruhm und Ehre erworben hatte, er war Ritter vom Bade aus eigenem Recht sowie Träger des Indian Order of Merit erster Klasse, war Sir Reginald ein musisch interessierter Knabe gewesen, bewandert im Latein und Altgriechisch, bekannt durch seine Gedichte und Novellen. Ein gern gesehener Gast in den literarischen Salons der großen Städte und ein wortgewandter Sprecher. Sein Vater, dritter Earl of Charnwood, schätzte die Talente seiner Söhne, die höchst unterschiedlich waren. Es ist bekannt, dass er für die träumerischen und höchst lyrischen Ergüsse seines Zweitgeborenen wenig Begeisterung hegte, auch wenn sie es waren, die seinem Haus diesen ungewohnten Glanz bescherten. Große Dichter und Denker besuchten Charnwood Hall, nicht selten unter den interessierten Augen der Feuilletons. Die Militärkommandanten und Strategen, die seinen ältesten Sohn aufsuchten, waren dem alten Earl aber sehr viel lieber, hatte er doch selbst, wenn auch mit deutlich weniger Erfolg, in der Armee gedient. Die Mutter der beiden Männer war Donald hingegen höchst zugetan und ließ kaum einen Zweifel daran, dass er ihr liebster Sohn war. Vielleicht war es gerade dieser Umstand, der sie nach dem Verschwinden der Lucky Penny verzweifeln ließ. Noch am Tage, als das Telegramm mit der traurigen Nachricht eintraf, erklärte sie kategorisch, nicht an das Ableben ihres lieben Donalds zu glauben. Er müsse noch leben, irgendwo. Sie wisse es genau. Als Mutter würde sie spüren, wenn einer ihrer Söhne diese Welt verließe. Und das sei definitiv nicht geschehen. Im Gegenteil, sie habe sogar von Donald geträumt, der in Australien ein anderes als sein eigenes Leben lebte. Diese Überzeugung steigerte sich nach dem Tod ihres Mannes, der sie ein wenig hatte dämpfen können, zur Obsession. Und so begann sie, in australischen Zeitungen zu annoncieren. Wer etwas über das Schicksal von Sir Donald Barclay, vierter Earl of Charnwood, sagen könne, würde fürstlich belohnt. Würde er gar in Begleitung des Earls nach Hause zurückkehren, fiele die Belohnung ungleich größer aus. Inzwischen waren 15 Jahre ins Land gegangen. Niemand rechnete damit, dass noch irgendjemand auf die Annoncen reagieren würde. Auch hatte Reginald Barclay sein Erbe angetreten und verwaltete Besitztümer und Konten mit einem Geschick, das ihm zuvor niemand zugetraut hätte. Eines Tages aber geschah das Undenkbare. Zwei Männer wurden bei Lady Barclay vorstellig, mit dem Hinweis mehr über das Schicksal von Donald Barclay zu wissen. Sie wurden vorgelassen und berichteten, die Lucky Penny sei von Piraten gekapert worden. Die Crew habe man, so sie sich ihnen nicht anschloss, an Ort und Stelle getötet. Die Passagiere hingegen seien als Geiseln nach Australien verbracht worden. Donald Barclay, mutig wie stets, hatte sich mit einigen der Piraten einen Kampf geliefert, sei dabei jedoch am Kopf verletzt worden und habe das Gedächtnis verloren. In Australien setzte man Donald, wertlos geworden, da er nicht sagen konnte, wer er war und von wem das Lösegeld einzutreiben sei, in einer kleinen Siedlung aus. Nemse, so hieß es, die ihnen Namen und Stand ihres Verlobten hätte verraten können, sei bereits während der Reise schwer erkrankt und dann von den Piraten erschlagen worden. Seither, so die Geschichte, lebe Donald Barclay in Adelaide unter dem Namen Bruce Maddox, nicht ahnend, wer er wirklich sei. Man stelle sich die Freude der Countess vor, dies zu hören. Sie beauftragte beide Männer damit, Donald nach Hause zu holen, koste es, was es wolle. Anschließend bereitete sie ein Fest zu seiner Heimkehr vor, konsultierte gleichzeitig die besten Ärzte des Empires, um das Gedächtnis des Mannes wiederherzustellen. Die Wochen gingen ins Land und schließlich erreichte Donald Barclay in Begleitung beider Gentlemen Charnwood Hall. Doch jener Mann, der dort durch die Tür trat, sah jenem Mann, der das Haus einst verließ, nur sehr vage ähnlich. Die tiefgebräunte Haut, das vom Wetter gegerbte Gesicht und die Haare wirkten fremd. Gleichzeitig riefen sich die Mutter und die Bediensteten in Erinnerung, dass dieser Mann 15 Jahre lang unter Australiens Sonne gelebt hatte. Ein Leben, wie es sich niemand aus der englischen Gesellschaft vorzustellen vermochte. Natürlich gab es augenblicklich Spekulationen, dass hier Betrug am Werke sei. Der Butler des Hauses, ein Mann, der seit vielen Jahren im Dienste des verstorbenen Earls stand und sowohl Donald als auch Reginald hatte aufwachsen sehen, vermochte nicht, den Rückkehrer zu identifizieren. Die ähnlich lange im Haushalt beschäftigte Hausdame hingegen schloss den Mann sofort in ihre Arme. Er sei Donald Barclay, daran bestünde kein Zweifel. Das Gedächtnis des Mannes hatte, wie sich nun ebenfalls zeigte, eine rasche Besserung erfahren, kaum dass er in London von Bord gegangen und das Wappen der Familie auf der wartenden Kutsche erkannt hatte. Auf Charnwood Hall angekommen, erkannte er spontan Mutter und Bruder, nicht aber den Butler, seine ehemalige Zofe oder den Wildhüter. Die Hausdame erkannte er ebenfalls und erwiderte ihre Geste und auch den schwachsinnigen Helfer, der Holz schleppte und andere niedere Tätigkeiten ausführte, begrüßte er wie einen alten Freund. Dies passte zum Verhalten von Donald Barclay, der vor seinem Verschwinden einen ähnlich freundlichen Umgang mit dem Zurückgebliebenen pflegte. Die von Lady Barclay konsultierten Ärzte sahen dies als ermutigendes Zeichen und begannen, Donald zu behandeln. Aufgüsse und Einläufe, Massagen und Konfrontationen mit Begebenheiten aus seiner Vergangenheit auf Charnwood Hall sollten helfen, sein Gedächtnis vollständig wiederherzustellen. Seine einstige Zofe, die ihren Platz wieder einnahm, konnte denn auch bald schon ermutigendes berichten. So hatte er sie bei ihrem einstigen Kosenamen gerufen, ohne dies zu bemerken. Andere Erfolge blieben jedoch aus, und noch immer gab es Stimmen, die an der Identität des Mannes zweifeln ließen. In dieser für alle Beteiligten konfusen und schwierigen Zeit erinnerte sich Reginald Barclay an eine Begebenheit, die er Wochen zuvor im Strand-Magazin gelesen hatte. Es war ein von mir veröffentlichter Fall gewesen. In der Folge hatte er Erkundigungen eingezogen von den Erfolgen meines Freundes gehört und beschlossen, unsere kleine Agentur in der Baker Street 221 B aufzusuchen. Und dort saß er schließlich und berichtete all das, was ich bislang zu diesem Fall ein verzwicktes kleines Problem, das Sie da haben, sagte Holmes, nachdem Sir Barclay mit seinem Bericht fertig war. Was glauben Sie, als Donalds Bruder, ist dieser Mann der rechtmäßige Earl of Charmwood oder ist er es nicht? Unser Besucher lächelte traurig. Glauben Sie mir das eine, Mr. Holmes. Ich würde sofort auf Titel und Privilegien verzichten, könnte ich dafür meinen Bruder in die Arme schließen. Auch wenn wir gegensätzlicher nicht sein konnten, standen wir uns doch nahe. Die Unterschiede, die unsere Eltern machten, gab es zwischen uns nie. Er war mir brüderlich zugetan und ich erwiderte diese Gefühle. Aber jener Mann, der nun in Donalds Räumen residiert, ist nicht mein Bruder. Ich spüre es mit jedem Atemzug. Und dies, obgleich er Sie erkannte? hakte Holmes nach. Mein Bild und auch mein Name fanden sich seit dem Tode meines Vaters in zahllosen Blättern. Mit etwas Vorbereitung könnte mich auch ein Wilder aus den Kolonien in Afrika erkennen. Holmes schmunzelte bei diesem Gedanken. Nun gut, Sir Buckley, mein Freund Watson und ich werden tun, was in unserer Macht steht, um Ihnen und Ihrer Familie zu helfen. Danke, Mr. Holmes. Ich weiß dies sehr zu schätzen. Erleichterung sprach aus der Stimme des Earls. Ihnen muss aber klar sein, dass wir von der Baker Street aus nichts erreichen werden. Wir müssen Sie auf Charnwood Hall aufsuchen und dort ein paar Tage verweilen. Ich hoffe, dies bereitet Ihnen keine Umstände. Aber Unsinn, rief unser Besucher. Bleiben Sie, solange es Ihnen notwendig erscheint. Keiner wird dies in Frage stellen oder Sie drängen. Noch bin ich Hausherr auf Charnwood Hall. Mein Bruder wird dies eines Tages in Abrede stellen und auf seinen Titel pochen, aber das wird nicht in den nächsten Monaten geschehen. Holmes nickte zufrieden. Wir werden gleich morgen den ersten Zug nehmen und im Laufe des Tages auf Charnwood Hall eintreffen. Ich bin sicher, dass wir Ihre Gastfreundschaft nicht allzu lange beanspruchen werden. Damit erhoben wir uns und geleiteten unseren Besucher zur Tür. Sollten Sie Fotografien besitzen, die vor Donalds Verschwinden aufgenommen wurden, wäre dies sehr hilfreich. Er sollte sie jedoch nicht zu Gesicht bekommen. Ich werde alles, was irgendwie helfen kann, in Ihr Zimmer schaffen lassen, versprach Reginald Barclay. Dann nickte er uns zu, nahm seinen Hut und verließ das Haus. Was meinen Sie, Watson? fragte Holmes, nachdem der Irr gegangen war. Ein feines, kleines Rätsel, nicht wahr? Ein Rätsel, das sich lösen lassen sollte, erwiderte ich zuversichtlich. Auf jeden Fall. Und Sie, mit Ihrem medizinischen Fachwissen, werden mir eine unschätzbare Stütze sein. Er klingelte nach Mrs. Hudson. Reisevorbereitungen mussten getroffen werden. Und Sie, Die Begrüßung auf Charmwood Hall war durchmischt. Lord Barclay empfing uns überaus freundlich, und auch sein Bruder Donald zeigte keine Spur von Widerwillen, obgleich er doch wusste, weswegen wir gekommen waren. Lady Barclay hingegen war deutlich kühler. Sie reichte uns die Hand, erklärte dann aber so bestimmt wie würdevoll, dass unsere Anwesenheit überflüssig sei. Dies, und dabei deutete sie auf Donald, sei ihr Sohn. Ohne jeden Zweifel, das Herz einer Mutter würde dies spüren, so wie sie stets gespürt habe, dass ihr geliebter Sohn nicht mitsamt dem Schiff untergegangen sei. Sie habe jedoch nicht verhindern können, dass ihr Sohn, Hausherr und vierter Earl von Charmwood, die Einladung ausgesprochen habe. Sie käme ihren Pflichten als Gastgeberin nach, weitergehende Hilfe durften wir jedoch nicht erwarten. Holmes nahm dies mit dem liebenswürdigen Lächeln eines Gentleman zur Kenntnis, der sich gegenüber einer Lady niemals im Ton vergreifen würde. Es sei denn, er müsse sie eines Verbrechens bezichtigen. Wir bezogen unsere Zimmer, um etwas Ruhe zu finden. Die Reise war überaus angenehm verlaufen, wie ich erwähnen darf. Der englische Frühling ließ die Natur erwachen, und wir hatten ein wunderbares Abteil in der ersten Klasse. Auch war das Essen im Zug vorzüglich gewesen. Hatte ich vor meiner Zeit mit Holmes wenig auf Speisewagen und bequeme Sitze gegeben, als Soldat war ich Transporte gewohnt, die dem von Vieh nicht viel nachstanden, und dies, obwohl mir als Offizier noch die besseren Plätze zugestanden hatten, hatte ich inzwischen jedoch die Bequemlichkeit einer Zugreise zu schätzen gelernt. Nachdem wir uns etwas frisch gemacht und die zuvor vereinbarte Zeit geruht hatten, klopfte ich bei Holmes. Wie sich zeigte, hatte ihm Sir Barclay in der Tat diverse Fotografien zukommen lassen. Darüber hinaus gab es Schriftstücke, den Untergang der Lucky Penny betreffend, und auch Aussagen der Crew jenes Schiffes, welche die kläglichen Überreste des einst stolzen Schiffs gefunden hatte. Ging man all das durch, sprach nichts gegen die These, dass das Schiff mitsamt der Crew und den Passagieren ihr Ende gefunden hatte. Andererseits, und auch das mussten wir anerkennen, sprach nichts gegen die Variante, welche die beiden australischen Gentlemen serviert hatten. Was auf hoher See geschieht, spielt sich fern von den Augen neugieriger Zeugen ab. Hinzu kam, dass eine Lösegeldforderung seitens der Piraten nicht selten war. Erkannten sie, wer ihnen ins Netz gegangen war, konnte die Familie nach der Zahlung einer meist recht hohen Summe die geliebten Söhne, Töchter oder Eltern in die Arme schließen. »Die Sache hat einen Haken, Watson«, erklärte Holmes, nachdem wir uns die Unterlagen angesehen hatten. »Die Piraten ließen Donald Barclay leben, da sie sich von ihm eine hohe Summe versprachen, warfen ihn aber dann von Bord, da er sich weder an seinen Namen noch an seine Adresse erinnern konnte. Finden Sie das nicht seltsam?« »Höchst seltsam«, gab ich zu. »Wenn Sie ihn in seiner Kabine stellten, muss diese voll mit Gegenständen gewesen sein, die auf seine Herkunft schließen ließen. Allein die Koffer tragen in der Regel die Namen der Passagiere. Zudem gibt es Logbücher und Passagierlisten.« »Sehr richtig, Watson.« »Und warum in aller Welt hätten ihn die Piraten lebend von Bord gehen lassen sollen? Bestand nicht die Gefahr, dass er sie verriet oder in einem Prozess wiedererkannte?« »Nein, Sie hätten ihm, wäre er wirklich wertlos gewesen, die Kehle aufgeschlitzt und ihn über die Reling geworfen.« »Also? Ist er nicht Donald Barclay?« »Das habe ich nicht gesagt«, widersprach Holmes. »Die Fotografien zeigen eine deutliche Ähnlichkeit. Auch hat er verschiedene Leute erkannt, inklusive seiner Zofer Lydia.« Holmes schloss die Augen und dachte nach. »Ich werde einige Gespräche führen müssen. Sie hingegen werden so freundlich sein, diesen vermeintlichen Lord Barclay zu untersuchen. Beachten Sie dabei alle Besonderheiten, die Sie diesen Bildern entnehmen können.« »Einverstanden.« Ich griff noch einmal in die kleine Truhe, in der sich die Unterlagen befunden hatten, und fand darin ein kleines Tagebuch. Es stammte von dem damals noch sehr jungen Reginald Barclay und war von ihm vor vielen Jahren, lange vor dem Verschwinden seines Bruders, aufgezeichnet worden. Ich nahm mir vor, mit dieser Lektüre den Abend zu vertreiben, packte all die Fotos wieder ein und verließ Holmes' Zimmer, um mich an die Arbeit zu machen. Wollte ich Donald Barclay am nächsten Tag untersuchen, musste ich mir jede Eigenheit, jedes Detail einprägen, auf das zu achten wichtig wäre. »Es muss schrecklich gewesen sein, Piraten in die Hände zu fallen,« sagte mein Freund während des Abendessens. Dabei blickte er Donald Barclay mit einem Mitgefühl an, das ich bei ihm selten sah. Gleichzeitig beschlich mich jedoch der Verdacht, dass hier mehr als freundliches Interesse im Spiel war. »Das war es,« bestätigte Donald Barclay. »Meine Verlobte lag da nieder, und ich tat alles, um sie zu schützen. Doch der Kampf verlief zu meinen Ungunsten. Ich wurde mehrfach verletzt und verlor schließlich das Bewusstsein. Mein Beileid, auch nach all den Jahren, muss dieses Thema schmerzlich sein.« Holmes widmete sich dem Braten. »Wissen Sie noch, welches Schiff die Lucky Penny angriff?« Donald Barclay, in trübe Gedanken versunken aufgrund des Themas, schreckte bei dieser Frage auf, gerade so, als habe er noch einmal die schrecklichen Szenen vor Augen. Der Messer glitt ab, und schon schlang er sich verärgert einer Serviette um den nun blutenden Finger. »Es war die Black Roger,« erklärte er nach einigen Sekunden. »Ich wäre Ihnen verbunden, wenn wir dieses Thema nun beiseite lassen könnten. »Wie Sie wünschen.« Holmes deutete durch eine Geste seine Entschuldigung an, merkte dann aber auf, »Sie sollten die Serviette wechseln. Es blutet. Natürlich.« Barclay griff nach einer frischen Serviette, gab es aber nach einigen Minuten auf, da auch diese durchgeblutet war, entschuldigte sich und eilte davon, um sich den Finger verbinden zu lassen. »Mein Angebot, ihm hierbei zu helfen,« lehnte er ab. »Lydia, seine Zofe, habe ihn einst verbunden. Sie könne es auch nun tun.« Es war eben diese Bemerkung, die sowohl bei Holmes als auch bei Lady Barclay zu einer Reaktion führte. Holmes hob aufmerksam eine Braue, ein Zeichen dafür, dass er eine neue Spur in einem Fall aufgetan hatte. Lady Barclay hingegen lachte trocken auf. »Wer außer meinem Sohn könnte dies wissen?«, fragte sie mit einer Mischung aus Triumph und Sarkasmus. »In der Tat«, erwiderte Holmes freundlich. »Wer könnte das wissen?« Er widmete sich seiner Mahlzeit, froh darüber, dass Sir Barclay das Gespräch auf das Haus und die Umgebung brachte. Offenbar spürte die empfindsame Künstlerseele die beginnende Anspannung, seit Donald Barclay den Tisch verlassen hatte. Den nächsten Tag verbrachte ich mit der Untersuchung von Donald Barclay. Ich erfuhr, dass dies beileibe nicht die erste Untersuchung war, seit er aus Australien heimgekehrt sei. Seine Mutter habe ihn früh wegen seiner Amnesie vorstellen lassen. Sein Bruder habe zudem auf eine körperliche Untersuchung bei dem Familienarzt bestanden. Auch dieser war zu dem Schluss gelangt, dass er Donald Barclay, vierter Earl of Charmwood, sei. Nach der Untersuchung entschuldigte sich Donald und verließ meinen Raum, während ich eine Tabelle anfertigte und festhielt, was aus meiner Sicht für und gegen die Identität dieses Mannes sprach. Hierbei konsultierte ich erneut die Fotografien und auch das Tagebuch des jungen Reginald. Je mehr ich las, umso deutlicher wurde mir, dass dieser Mann durchaus Donald Barclay sein konnte. Angefangen bei der Form der Ohren bis zu den Gesichtszügen, die sich in Australien zwar durch die harte Arbeit verändert hatten, jedoch alles in allem noch immer jenen von Donald Barclay entsprachen. Vollends überzeugte mich jedoch eine Narbe im Bereich des rechten Unterbauchs. Offenbar war ihm der Blinddarm entfernt worden, und dies in sehr jungen Jahren. Sein Bruder Reginald schilderte dieses Ereignis denn auch ausführlich in seinem Tagebuch. Dort hieß es, dass sein geliebter Bruder seit Tagen krank im Bett läge, fieberte und jede Nahrung verweigerte. Der Arzt des Hauses sei nun zu dem Schluss gekommen, dass eine Leibesöffnung unvermeidlich sei, wolle man das Leben des künftigen Earls retten. Die Operation dauerte Stunden, so zumindest habe es sich angefühlt, und sie sei nicht leicht gewesen. Dennoch habe sich Donald bereits nach dem Erwachen aus der Narkose besser gefühlt und befände sich damit auf dem Wege der Besserung. Mindestens eine Woche strenge Bettruhe, wenig Kost und heilende Umschläge sollten helfen, ihn wieder auf die Beine zu bekommen. Das Besondere hieran war, dass die Appendektomie zu diesem Zeitpunkt noch nicht zum Standardverfahren bei Schmerzen im Unterbauch zählte. Oft operierte man zu spät oder gar nicht, und wenn, fehlte es an Sachverstand. Erst Jahre später, 1889, wurden Symptome und Behandlung der Appendizitis zum Standard erhoben. Alles in allem, so resümierte ich, sprach mehr für die Identität des Mannes als gegen sie. Doch noch war Holmes, der das Haus früh am Morgen verlassen hatte, um einige Nachforschungen anzustellen, nicht zurückgekehrt. Und auch, wenn mich Reginald Barclay nach meiner Einschätzung fragte, äußerte ich mich nicht. Keinesfalls wollte ich Holmes vorgreifen. Wie richtig dieses Vorgehen war, sollte sich bereits am Abend zeigen. Holmes kehrte eine halbe Stunde vor dem Abendessen zurück, machte sich frisch und bat mich anschließend um eine Unterredung in seinem Zimmer. Hier legte ich ihm die Ergebnisse meiner Untersuchungen und Schlussfolgerungen dar. Interessiert hörte er zu, hob eine Braue, als ich auf den Appendix zu sprechen kam, und klopfte mir anschließend auf die Schulter. »Gute Arbeit, Watson«, sagte er lächelnd. »Sie haben herausgefunden, was Sie von Ihrer Position aus herausfinden konnten, und Sie haben wirklich gute Arbeit geleistet. Nun wollen wir die Familie jedoch erlösen. Sie alle haben es verdient, dass Ruhe einkehrt.« Er ging zur Tür und ich begriff, dass er hier und jetzt kein Wort zu seinen Nachforschungen verlieren würde. Nach dem Essen bat Holmes die Familie und auch mich in den Salon. Er habe seine Untersuchungen bereits abgeschlossen und möchte den Fall nun zu den Akten legen. Schon bei meinem Eintreten sah ich, dass sich Lady Barclay demonstrativ neben Donald gestellt hatte, eine Hand auf seiner Schulter. Sie lächelte und ließ keinen Zweifel daran, das Ergebnis von Holmes' Nachforschungen zu kennen. Holmes selbst ließ etwas auf sich warten. Als er eintrat, war er nicht allein. Zu meinem Erstaunen befand sich Lydia, die Zofe des Mannes in seiner Begleitung. Diese schaute sich rasch um, blickte zu Donald und nahm anschließend auf einem Stuhl in der Ecke des Raums Platz. Holmes setzte sich in einen der Sessel und steckte sich in Ruhe eine Pfeife an. Die Ungeduld und aufkommende Unruhe, die um ihn herum entstand, ignorierte er geflissentlich. Erst als die Pfeife brannte und er ein paar Züge getan hatte, blickte er zu Lady Barclay. Es tut mir leid, Ihre Ladyschaft enttäuschen zu müssen, sagte er mit ruhiger Stimme. Aber der Mann, den Sie Ihren Sohn nennen, ist nicht Donald Barclay. Er ist ein Betrüger namens Bruce Maddox. Das kann nicht sein, rief Lady Barclay, während Zorn in die Augen von Maddox trat. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, erwiderte Holmes. Lassen Sie mich erklären und Sie werden es verstehen. Er blickte zu dem Betrüger. Sie haben einen Fehler begangen, als Sie die Black Roger nannten. Mitglieder der Crew gingen der Navy schon vor einiger Zeit ins Netz. Sie sagten vor Gericht gegen ihre Kameraden aus und erhielten dafür lebenslängliche Haftstrafen. Es war daher einfach für mich, mit einem von ihnen telegrafisch in Kontakt zu treten. Wieder paffte Holmes. Tatsächlich war es die Black Roger, welche die Lucky Penny versenkte. Doch die Piraten machten keine Geiseln. Sie erschlugen jeden an Bord, ohne Ausnahme. Selbst den Hund des Käptens ersäuften diese Bastarde, ehe sie das Schiff versenkten. Lady Barclay starrte entsetzt zu jenem Mann, den sie für ihren Sohn gehalten hatte. Sie glauben dem Wort eines Piraten, rief dieser. Mutter, ich... Ta-ta-ta, unterbrach ihn Holmes ungeduldig. Denken Sie, ich würde so oberflächlich agieren? Ich schickte heute einige Telegramme los, unter anderem auch an Ärzte in Adelaide. Mir fiel auf, dass sie sehr viel Blut verloren, und dies bei einem winzigen Schnitt. Ich argwöhnte sofort, dass sie an Hämophilie leiden. Dr. Hogan aus Adelaide bestätigte mir denn auch, einen gewissen Bruce Maddox seit vielen Jahren wegen Hämophilie zu behandeln. Er sei ihm sogar fast gestorben, als er ihm einen hochgradig entzündeten Blinddarm entfernen musste. Nur das Blut von neun jungen Frauen konnte sie damals retten. Holmes blickte erneut zu Lady Barclay. Sie werden mir zustimmen, dass ihr Sohn nicht an dieser Krankheit litt. Er wurde mehrfach im Krieg verwundet und wäre gestorben, wäre dem so gewesen. Die Countess wandte sich um, holte aus und versetzte Bruce Maddox eine schallende Ohrfeige. Dieser rieb sich über die Wange, dann aber lachte er. Nun ja, einen Versuch war es wert. In der Tat, sagte Holmes ruhig. Das Verhalten ihrer Ladyschaft lud dazu ein. Holmes blickte zu Lydia. Und sie? Sie sind seine Komplizin, nicht wahr? Er begriff, dass er im Haus Hilfe benötigen würde und zog sie ins Vertrauen. Als er sich gestern schnitt, hatten sie bereits Kalk zur Hand. Und darum ließ er auch nur sie an die Wunde. Kalk, rief ich aus. Damit wurde die Wunde geschlossen. Die Zofe nickte. Dann aber trat Trotz in ihren Blick. Ich war für die Familie stets eine bessere Sklaven. Ich erinnerte jeden zu sehr an Donald. Also verlor ich meine Position und musste in der Küche arbeiten. Bruce erkannte meine Unzufriedenheit und weihte mich ein. Holmes hätte gern etwas erwidert. Doch just in diesem Moment betrat der Butler den Salon und meldete mehrere Gentlemen von der Polizei. Pünktlich, lobte Holmes die Männer, nachdem sie eingetreten waren. Bruce schenkte meinem Freund einen zornigen Blick, als die Handschellen einschnappten. Lydia hingegen brach in Tränen aus, als sie begriff, dass auf sie eine sehr viel schlimmere Zeit als jene wartete, die sie in der Küche des Hauses zugebracht hatte. Der Fall endete damit, dass Holmes vor Gericht aussagte und hier die Beweise wiederholte, die gegen Maddox sprachen. Er führte aus, was ihn auf die Spur gebracht hatte und auch warum er früh die Zofe verdächtigte. Am Ende erhielt Maddox eine Strafe von zehn Jahren, Lydia kam mit nur drei Jahren deutlich besser davon. Seine Entlassung erlebte Maddox indes nicht. Er geriet vier Monate nach seiner Verurteilung in einen Streit zwischen Häftlingen. Ein Messer, das einem anderen gegolten hatte, schlitzte ihn auf und er verblutete jämmerlich. Das war's, das war's, das war's.